So, so, so! Hallo und willkommen zurück zu Let's Retro! Pokémon Rot! Ja, und Wieser Floor badet im Licht! Hey! Oh ja! Na, wunderschön! Das ist ja ein Stand in dem Part! Hm, toll! Fliegt so ein Elektroball um die Ohren! So, wir besiegen anscheinend einen Forscher! Huch! Verloren? Äh, wo sind wir? Wir sind auf jeden Fall noch im Silph-Corporation-Gebäude-Dingsbums und ich hab keine Ahnung mehr, wo ich im letzten Part aufgehört hab. Das ist toll! Das ist echt super! Hm? Ja, nicht... War ich im dritten Stockwerk schon? Boah, ich hab keine Ahnung! Ich hab nicht die Leiseste! Aber gut! Äh, das sieht aber so aus, als ob ich hier schon war? Fragezeichen? Ich hab keine Ahnung! Ist schon wir hier so lang her, dass ich das letzte admitted mal aufgenommen hab. Ich hab nicht im Klasse-... Okay, hier war ich schon. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! Ich mag die Musik hier drin, die ist toll So, habe ich das schon gemacht? Das haben wir anscheinend auch schon gemacht Oder was hat die Tarn? Es ist egal, wer von uns beides getan hat Aber wie war, hat es jemand von uns getan? Ähm, pfff Okay Ja, ich werde erstmal die ersten paar Minuten ein bisschen rumsuchen Wo wir denn aufgehört haben und so Hm, ich glaube aber den Stockwerk habe ich gemacht Ich denke schon Okay Sind wir also hier auffällig Dann ist es ja gar nicht mehr so viel Vielleicht habe ich es ja in dem Part Das Zu beenden Das habe ich ja auch schon Okay Langsam komme ich ins Zweifel Wo ich denn war Ah, hier Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht Bingo Oh Kp plus Und was haben wir hier? Hier haben wir einen X-Treffen Äh, Treffer Dich haben wir eben auch schon Okay Ähm Okay Dann haben wir alles bis auf die Items Warum nicht? Aber hier waren wir Komplett noch nicht Doch Die Trainer haben wir auch schon gemacht Äh, Herr Titan Ich bin verwirrt Ich bin echt verwirrt Äh, 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 äh Ich mag die Musik Hab ich das schon erwähnt Nein, das hab ich Jetzt noch eine Äh, Kalzium Wer ist eigentlich von Äh, 42, 42, 42 Elektrik ist tot Okay Na, Pizza Flur können wir ruhig mal machen Haha, der dachte so Ich arbeite mir das Hilf, Carbourat Äh, okay Hier ist ein Trainer Das finde ich gut Denn Trainer haben wir doch nicht gemacht Und ja, ne, versteht Pizza Flur Setz das Rassierblatt ein Mal sehen, ob es reicher wird Ich bezweifle sehr Okay Ja, okay Ich bin maßlos überpowered inzwischen Overpowered, überpowered Geil Äh, Nidokui Mit ihren wunderbarsten Appbeam Saak Äh, Beben Was, das Überroller Äh, die Daten Warum haben sie Die, die, äh Ja Das war geil Ich hab das gesehen Frech Frech Wird einfach mal Äh, Beben blockiert Warte, Fug Die, 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 die Warum trifft zum zweiten Mal Jetzt schon Überroller nicht Was, was, was soll das Hallo Geht's noch Es gibt Double D Die, 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 die Feierabend, ich geh nach Hause So, mit wem kämpfen wir denn Wir kämpfen mal mit Dodri Weil ich hab In dem Video gesehen Dass der Herr Titan Nicht mit Dodri kämpfen möchte Dann muss ich das eben übernehmen Ne Wenn er nicht will Weil er mag anscheinend Keine physischen Pokémon Jeden selbst überlassen Aber Gut So, was haben wir denn hier Unten noch Wir haben wir auf jeden Fall Ein Item Ein Item Und wir haben Genau Ich kann keiner weiter I-Tems tragen Hey Supi Haben wir denn ein bisschen Zeug zum verschleudern Die haben 36 Was ist das? Finale Nee Theme 09 Ist Bodycheck Nee Das KB Plus Kann ich einsetzen Und zwar kriegt das Ach, Aquana Weil sie so wenig hat So, den X-Treffer Kann ich eigentlich weghauen Calcium Spezial Ach, kriegt dieser Flora, komm So Und den X-Treffer Hauen wir auch weg Müll Zack Weg damit So Das Finale Naja Übertragen kann ich euch mal einsetzen Komm Ich brauch ein bisschen Platz hier So Zack Reicht So, was haben wir hier? D3 Irgend das ist Das ist Das ist Das ist Trommelwirbel 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 Schwerthans Jo Kann sogar Bisaflor What the fuck Okay Warum kann Bisaflor Schwerthans Das verstehe ich nicht wirklich Ein Kettengebäude Das musst du sein Dim 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 Auch jetzt möchte kämpfen Du D3 Setzt Moor Schnablei Zack Wunderbar Ist Und Sand am Meer Setzt Mir Aquan Ein Surface Gar nicht Übertrieben Animation oder so Nee Ist Quatsch So Welchen Stück Wir sind Glaube Ich Im Siebten Kann Es Ich Denke Wir sind Im Siebten So Habe Ich Dich Jetzt Schon Gewacht Oder Herr Die Tat Es Ist Egal Ich Sache Ich Aber Wird Ich Meide Uns Beide Was Sehr Interessant Klingt Aber Egal Ihr wisst Was Ich Mein Hoffe Ich Und so So Den Haben Wir Auch Schon Gemacht Wenn Ein Typ Ist Ein Stockwerk War Ich Schon Ich Erinnere Mich Hier War Ich Hier War Ich Schon Interessant Die 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 Sie Wird Eigentlich Neun Ich Werds Gleich Raus Finden Die 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 Ich bin Auf der Suche Nach Trainern Langsam Sollte ich Nicht Was Finden Ich Habe Auch Schon Gemacht Meine Güte So Ich Weiß Nicht Ob Es Hat Die Tat Schon Gezeigt Aber Hier Ist Ein Pokémon Sender Ja Und Unsere Pumons Sind Jetzt Wieder Alle Vollständig Geheilt Das Ist Nicht Toll Das Ist Super Den Trainer Hat Aber Noch Nicht Gewacht Oder Doch Wow Okay Also Weder Hat Sich Von Oben Da Unten Durch Gearbeitet Oder Keine Ahnung Keine Ahnung So Sind Wir Jetzt Im Zehten Stock Ne Jetzt Sind Wir Im Neu Da Hat Er Auch Schon Alles Gemacht Okay 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 Dann Sind Wir Anscheinend Hier Fertig Das Finde Ich Gut Dann Kann Ich Nämlich Jetzt Straight To The Boards Straight To The Boards Werden Mich Schon Gemacht Hat Verzweifel Ich Aber Alle Zitaten Habe Ich So Gut Aus Ist Ja Auch Verwirbend Aber Weil Hier War Ich Schon In Part Hier Kann Ich Kann Man Übrigens Lapras Holen Aber Da Ich Drei Buch Dabei Habe Wäre Das Ein Regel Bruch Und Deswegen Lass Ich Einfach Mal So Den Habe Ich Auch Schon Gemacht Dann Den Hier Bingo Der Türöffner Hat Die Türen Trägel Wunderbar So Ich Stell Aber Nürn Nach Vorn Für Alle Fälle So Trifft Man Sich Wieder Ich Führe Gerade Äußerst Wichtige Verhandlungen Mit dem Präsident Halte Dich Ein Kennen Die 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 Ja Wir Kennen Gegen Chowani Weißt Ich Habe Schon Mal Gegen Chowani Gekämpft Ich Habe Keinen Plan Es Ist Schon So Lange Dass Wir Dieses Projekt Angefangen Haben Das Ist Schlimm Ich Denk Schon Wieder Das Erdbeben Narf Da So Kann Gama Da Lassen Wir Doch Die Gleich Draußen Du Queen Ist Das Mond Für Alles Und Dieser Über Roller Trifft Viel Zu Selten All Wow Wie viel Schaden Ein Über Roller Wird Auch Ordentlich Schaden Machen Jo Ich Machen Die Bad B Das Trifft Wenigst Gleich Zu Über Roller Ja Und Es Dürft Lock Erreichen Natürlich Ein Rihon Da Kommt Einfach Mal Bisa Floor Weil Ich Gerade Lust Auf Bisa Floor Habe Ich Weiß Nicht Warum Kam Ja Gerade So Rassier Blatt BAMS DIN 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 Voll Trafford Die Attacke Sehr Effektiv Und Nidoqueen Ich weiß Genau Was ich Da Raushol Hallo Nidoqueen Na Ist das Nicht Epischer Battle Nidoqueen Nidoqueen So Epi Dürfte Vielleicht Reichen Ich Weiß Es Nicht Hoffentlich Leider Nicht Kratzer Putzig Blizzard So Sieht Wirklich Nidoqueen Aus Kollege Wunderbar Fast DIN Ah Wieder Verloren Verdammne Mist Das unsere Übernahme der Siv Co-Reiht Verreicht Aber das T-Rocket wird niemals Aufgeben Ash Vergiss Nicht Dass Alle Pogos Nur Zum Nutzen Das T-Rocket Da Sind Ich Muss Gehen All Meine Zeit Wird Kommen Okay Didel 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 So Dann Sprechen wir Mit dem Typen Hier Ich Trong Mit dir Für die Rettung Das Hilfkopf Welch Ich Werde Niemals Vergiss Wie du Uns Trotz Größter Gefahr Tapfer Gerät Hast Wie Kann ich Dir Bloß Meine Tanken Aussprechen Ich Fängt Jedes Pokémon Und Den Möchte Ich Gleich Ein Bisschen Verstecken Aber Das Im Display Nicht Viel Wirkung Hat Aber Einfach Nur Aus Trollen Weiß Der Ball Weg Damit So Was Tun Wir Den Noch Ablegen Wenn Ich Mal Am PC Bin Super Schutzt Super Ball Über Top Trank Bauen Moment Noch Nicht Weil Ich Weiß Jetzt Eh Nicht Mehr Mit dem Part Anzufangen Top Glesung Brauchen Auch Nicht Sonder Bom Bom Auch Nicht Weg Damit Druck Bälle Wad Der Fuck Komm Lege Mal Ab Braucht Kein Mensch So Den Türöffner Benötigen Jetzt Auch Nicht Mehr Dem 36 War Finale Weg Damit Items Hier Ablegen So Top Leber Weg Damit Flucht Zeig Haben Wir Immer Mal Gebrauchen Team 09 Was Auch Das Weg Damit Und Die 0 3 Genauso Auch Weg Damit Wunderbares So Jetzt Können Wir Endlich Das Silph Corporation Gebäude Wie Heißt Verlassen Und Ja Was Mache Ich Jetzt So Mit Den Letzten Minuten Ich Könnte Es Doch Die Arena Anfangen Weil Wir Bekommen Jetzt Zutritt Zur Saphonia Arena Aber Da Müsste Ich Zu Viel Um Stressen Und Nee Das Kann Herr Titan Machen Wenn er Lustig Ist Ja Das Schaffe Ich Hier Nicht Mehr Also Warum So Ich Stress Machen Wie Könnte Ich Den Herr Titan Raus Lassen So Ich Mal Ganz Net Sein Ich Weiß Nicht Ob Ich Net Sein Soll Es Passte Eigentlich Gar Nicht Zu Mir Ich Könnte Ich Den Herrn Titan Roll Keine Ahnung Da 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 Ja Werde Ich Ganz Bestimmt Machen So Was Sind In Unsere Nächsten Ziele Unsere Nächsten Ziele Ist Natürlich Den Sexten Orden Endlich Mal Nachholen Und Dann Eventuell Bald Den Alt Achten Orden Machen Und Hat Die Tat Wird Eh Den Orden Machen Also Von Daher Es Ist Total Egal Ach Komm Komm Sie Mal Übelst Nett Weil Meine Zeit Spaß Spaß Mit Tele Bordern Hat Dann Der Titan Im Nächsten Part Ich Würd Sagen Leute Das War's Da Mal Wieder Für Heute Woll Letz Red Räder Pum Und Rot Den Nächsten Part Gibt Es Dann Bei Herrn Titan 70 Und Den Über Nächsten Part Dann Wieder Bei Mir Und Bis Da Wird Mal Sagen Bis Dann Ciao Leute Bis